Der Tag der Sitzung Toll, dass Sie gekommen sind und die Mannschaften heute kräftig bei dieser Bundesliga-Patië unterstützen wollen. Hier kommen die Gäste von Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Das ist die Aufstellung von Eintracht Frankfurt. Die Nummer 1, Kevin Trapp. Die Nummer 5, Simon Follett. Die Nummer 20, Marcotto Hasebe. Die Nummer 8, Gibril Zou. Die Nummer 24, Danny D'Acosta. Die Nummer 10, Philipp Kostec. Die Nummer 14, Ye Sun Li. Die Nummer 9, Bas Dost. Und mit der Nummer 33, André Silva. Vielen Dank, wir legen los. Vielen Dank. 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 Tor für den BVB. Die Nummer 11. Leon Willi. Tor für den BVB. Tor für den BVB. 24, 20, 2, 0. Vielen Dank.